Hallo, da sind wir wieder! Mit dieser Sonnenblume. Mit Terraria. Oh, sie lässt sich setzen. Die Sonnenblume, äh, ich glaube, das geht nur auf meinem Dirtboden? Fragezeichen. Nein, ich wollte links vom Haus jedenfalls auch eine setzen. Oh, liegt wahrscheinlich. Liegt, glaube ich, am Boden. Yojo. Du mit deinem Jojo. Also, was ist das billigste Material, woraus man ein Haus bauen kann? Also, Holz wäre zu blöd. Also, ich würde ja sagen, Mudbricks. Was für ein Zon? Mudstone. Schleim kann er, oder, nee, nicht Schleim. Oh Gott, bitte, dann müssten wir jetzt aber in den Dschungel gehen. Das ist dir bewusst. Nein, müssen wir nicht. Hast du mal hier ein Wasserbecken irgendwo? Achso, du willst es aus Dirt herstellen? Ja, natürlich. Ja, okay. Den letzten Dreck müssen wir halt auch verarbeiten. Während du das machst, versuche ich, Fassilien zu fahren. Ich hätte vielleicht jetzt kein Wasserbecken. Ja, okay, viel Spaß. Ich hätte jetzt vielleicht kein Wasserbecken hier einreißen sollen. Hier ist Wasser, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, wenn ich mich reinstellen kann, dann reicht es auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt 100 Mud. Oh, okay. Alter, diese Schleims. Hallo. Hä? Hier. Warum brauchst du Kaktus? Warum nicht? Ich meine, werf es weg, wenn es dir nicht gefällt, aber man kann es ja nutzen. Solange man nichts anderes hat. Und mir ist mein Holz viel zu wertvoll für eine Werftung. So, sollen wir eigentlich immer alles, äh, Erz zu barren machen? Hast du den Ofen von drüben mitgenommen oder extra einen gecraftet? Drüben war ein Ofen. Ich denke, ich hatte da schon einen. Das hättest du mir auch mal sagen können. Egal. Nicht so schlimm. Ich hol die Sachen dann später. Wenn ich tot bin, dann bin ich eher am Spawn. Also, ich kann nicht fieldcraften, sehe ich hier. Au. Au. Ich will da nur noch rüber. Okay. Warte mal. Ich gebe dir dieses tolle Yohos nämlich eh scheiße. Ich hab nämlich das hier. Wow, das ist ja echt gut. Und wofür denn? Oh. Dass du ein Yohos hast. Nein, dafür, dass ich es geworfen habe. Hä? Okay, jetzt hast du es alles. Ist das geil? Ja, eben. Das ist ja, die Teile sind okay. Ich hab mein Gold. Hast du mir jetzt ein überpowertes Item gegeben? Naja, man kann es super schnell herstellen. Außerdem ist das auch noch 33% schwächer oder so. Aber bei so wenig Damage, wie die alle machen. Ich habe ein Schwert, das macht jetzt 9 Schaden. Und jetzt versuche ich, hier runter zu gehen. Ah, du warst da schon, hast eine Fache gesetzt. Vielleicht. Oh, sieh, die. Ich brauche viel Stein. Sammel Stein. Stein. Ja, Stein. Ich könnte dir verhärteten Sandstein oder sowas bringen. Nein, normaler Stein. Den gibt es hier gerade nicht. Da unten ist ein Grabstein von dir. Verhärteter Sandstein, what the fuck? Heißt das nicht einfach verhärteter Sand? Das ist ein Sand. Sandstoneblock. Und dann noch der verhärtete Sand. Ja, du hast gleich. Ja, na also. Das ist ungewohnt. Alter, die sind fliegende Fische. Die machen mich wahnsinnig. Bis der Regen vorbei ist. Oder bau dich erstmal komplett ein. Gibt es eigentlich irgendetwas, woraus man Werkbänke und sowas machen kann, was man nicht normal in die Welt placen kann? Also was nicht irgendwie zu einer gewissen Kategorie von Items gehört? Nee, meinst du? Ja, weil ich meine, aus diesen Schleimziegeln kannst du ja auch keine Werkbänke und sowas anfertigen, die vom Style her dazu passen. Also ich würde theoretisch gerne passende Türen bauen, aber das geht nicht. Ja, zumatig glaube ich nicht möglich. Ja, deswegen brauche ich etwas, was zu gar nichts passt. Verstehst du? Ich glaube, das wirst du Probleme mit haben. Also kann ich, also werde ich Holz verwenden, okay. Oder was soll man sonst verwenden für die ganzen Tische und Stühle? Boah, mach was du willst. Machst ein Matzgebäude, weißt du? Ein Haus aus Schlammbröcken zu bauen, ist ja schon komisch genug. Nein, das ist sparsam. Das kostet nur Dirt und Stein. Benutze ich Living Wood oder sowas? Living Wood? Du weißt ja mal... Du weißt schon, dass Living Wood normaler Wood ist. Im Endeffekt. Ja, also. Aber es gibt Living Wood Workbench, das ist glaube ich auch extra. Ja, aber ich meine... Warum soll ich die jetzt verwenden? Die gehören doch zum Living Wood. Oh Mann, ich kann die Fossilien gar nicht abbauen. Unglaublich. Bin ich hier vollkommen umsonst. Was kommt da überhaupt raus? Ja, Fossilien und... Ja, was kann man denn machen? Kann man die in diesen Exkubator? Das ist so OP. Hast du da unten einen Exkubator gefunden? Das bringt dir, so OP. Hast du mir zugehört? Ich brauch den Extractinator noch. Ja, okay. Hast du nicht gefunden? Nein, noch nicht. Aber vielleicht finde ich noch einen, bevor ich hier umgebracht werde. Sie meucheln mich. Hast du dein ganzes Geld dabei oder hast du das schon abgelegt in die Kiste? Sagen wir, ich habe einen Großteil dabei. Wie viel? Es war nur ein Gold, das ich verloren habe. Kein Ding. Das ist sehr lustig. Wir müssen das nur berühren und es tut dir ne weh. Ich nehme da mal schon mal alle Sachen mit, die hier rumliegen. Ich habe Spaß mit Jojos. Der Gegner hat gemeint, der muss sich hier in dem Loch bequem machen. Ich mache den jetzt kaputt. Hier ist von oben das Jojo da rein. Irgendwie will ein Schleimkumpel von ihm in ihr anscheinend besuchen kommen. Oder ihm helfen. Keine Ahnung. Ach, jetzt ist mein Glibber gelb. Ich glaube, ich habe gerade einen Grünsleim umgebracht. Vielleicht berechnet er das sogar aus der Gesamtmenge aus, wie vielen verschiedenen farbigen Slimes das besteht. Obwohl es sehr seltsam wäre, wenn er das wirklich machen würde. Warte, ich muss mal kurz Firefox starten. Ich brauche eine Wiki. Ah, habe ich die überhaupt hier drin? Terraria Gamepedia. Boah, ich gebe TE ein und dann kommt es schon. Wo bist du gerade? Ich bin am Spawn und baue diese großen, riesigen Bäume ab. Okay. Ähm. Öff, äh, nee. Nein? Ich habe wohl falsch geschrieben. Ah, so schreibt man das. Warte mal. Ich kann es nicht. Adoros. Adoros kann man Chairs machen. Aus den Holzarten. Aus. Äh? Lol. Aua. Alter, ich sterbe hier noch. Korrekt. Aua. Dieser Scheiß. Dieser Slime, der aus der Wüste kommt. Der ist einfach noch zu OP für uns. Ah, warte mal. Ich habe drei Sterne. Du hast drei Sterne. Und jetzt habe ich? Ein Sterne, den magst du gern? Ja, und jetzt habe ich reingekommen. Mehr Mana. Hä? Mehr Mana kostet doch fünf Sterne. Hm, nicht mehr. Willst du mich verarschen, das hat damals zehn gekostet, dann haben sie es auf fünf rabattiert und jetzt hast du es auf drei rabattiert? Was? Ja. Meinen die nicht irgendwie, das ist zu billig? Nein. Aua. So. Ich kann es aber nicht endlos gedrückt halten, dieses Jojo. Bisschen doof. Ja, leider. Aber das ist ja auch das schwächste Jojo. Ich bin gleich bei dir. Ja. Du bist wohl eher gleich beim Stern. Sau auf Auge. Ach, Quatsch. Ich habe ein Kaktusschwert, Mann. Du Kaktusmensch, du. So, ich werde jetzt eigentlich weiter auf der Gamepedia gucken. Das kann ich glaube sogar während ich gehe. Ja. Ich beschütze dich. Du musst nur aufpassen, oh, da ist ein Gegner vor mir. Oh, wie geil. Ich habe einen Zombiearm. Achso. Du kriegst mein Kaktusschwert, wenn du willst. Macht das mehr Schaden, ne? Ja, Zombiearm macht zwölf. Der hat leider keinen Modifier drauf, sonst wäre es besser. Dynasty, Pine, Pine, kann man noch andere Pine-Sachen bauen? Pine Tree. Das ist ja gar nicht schlecht aus, das ist matt. Das ist nur so matt, nur so matti. Pine Tree. Hä? Mudgee. Achso, den gibt es denn im Present? Ah, okay. Ich habe schon gedacht. Den Palmenbaum kriegst du auch am Strand draußen. Nein, Pine, also Tannen. Ja, da habe ich keine. Quasi. Ja, da habe ich keine Ahnung. So ein Weihnachtsbaum. Ja, da habe ich keine Ahnung. Barhocker, Steampunker, Frösslinge. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht, aber ich baue jetzt hier mal kurz zu. Die töten mich gerade. Ich habe keinen Arsch mehr. Ah. Oh, sorry. Ich musste nach Funnager gucken. Aber es ist doch so, dass die hier nicht reinhüpfen können. Ich wollte eigentlich auch zubauen, oder? Okay. Brauchen wir Kaktus für irgendwas anderes, außer die Kaktuswerkzeuge? Gibt doch noch irgendeine Potion, oder? Ja. Ja, aber mein Gott, also Kaktusfahren ist jetzt nicht die höchste Priorität. Die kommen da rüber? Wieso hüpfen die denn so? Ich meine jetzt, ich will nicht Holz für die Türen verschwenden. Obwohl, warte, kann man Türen aus Kaktus bauen? Benutzt, ja, Kaktus kann man es dann noch. Ja, grün zu lila passt. Ja, eigentlich, ganz okay. Hast du gerade was so anzuziehen gebracht? Gebracht voranbekommen. Was? Ja, ja, den hier. Der gibt sogar Defense. Yay, Patz. Jetzt hat mein Schild zwei. Scheiße. Oh, wenn du schon da bist, dann schau mal, was man alles aus Kaktus machen kann. Der Guide steht ja da irgendwo rum. Boah, der ist mal auf Tag. Oh Mann. Die werden hier so abgeschlachtet und das ist Normal-Mode. Peinlich. Ja, wir haben ja noch nichts. Warum haben die eigentlich mal gemacht, dass man alle Schwerter gedrückt halten kann? Weil das sonst okay wäre. Das soll ja der Unterschied zwischen guten und schlechten Schwertern sein. Im Endeffekt. Ja, aber... Hauptsache ein ganzes Steuerungselement soll die Schwierigkeit gerade verändern. Man könnte ja streng genommen eigentlich machen, dass sie trotzdem gleich schnell schlagen. Hä? Hast du... Schau dir mal dein Grab an. Warum? Na, ich bin da jetzt gerade nicht. Oder... Achso. Ne, es sah gerade irgendwie seltsam aus. Es sah gerade irgendwie weihnachtlich aus, weil da irgendwelche Teile vom Gegner drauf lagen. Weiß auch nicht, wie das dann auf eurer Meinung aussehen kann. Geht doch mal weg! Immer diese Gegner. Ich will doch schon den Guide seine Wohnung bauen. Und den anderen auch irgendwann. Regenmenschen. Menschen vor allem. So. Da kommt noch so ein Spastiker. Und noch so ein Spastiker. Hey, diese eine Höhle da. Welche Höhle? Die geht ja so weit rein. Welche Höhle? Die, wo wir vorhin drin waren. Die geht ja so weit rein. Warum geht es mit der Hunter? Alter! Da solltest du für mich gucken, was man aus Kaktussen machen kann. Warte, die Ice Slime sieht... Warte vor allem! Du kommst ja nicht so schnell wieder hoch zum Guide. Beziehungsweise nicht ohne dein ganzes restliches Gold zu verlieren. Warte mal. Was denn? Tropatz. Ja, ist doch egal. Darum geht es mir jetzt nicht. Die brauchen wir erst später für Baseplates. Bis dahin finden wir wahrscheinlich... Das Kaktus kann man jedenfalls alle möglichen Sachen machen. Warum hast du nicht einfach nachgeschaut, wo ich es dir gesagt habe? Ja, ich habe nicht zugehört, dass du es wolltest, dass ich das mache. Ja, du bist gestorben und warst beim Guide. Was erwartest du? Vor allem sage ich das zu mir selber oder wie? Das war doch das Kaktus. Okay. Es geht mir jetzt darum, ob wir das Material brauchen oder nicht. Ja, kann man es ganz schön für die ganzen Dinger nutzen. Also aus Kaktus gibt es so ziemlich alles. Ja, sag halt! Ja, was willst du? Sofa, Bookcase, Chandelier, Lampe, Piano, eine Kiste? Kiste, Wand und Hintergrund. Kaktus-Wand. Ist mir auch neu. Vor allem Kaktus-Kiste ist mir neu. Ja, mir auch. Aber es gibt eh viel mehr neue tolle Kisten. Aber eine Kaktus-Kiste, ey. Jetzt gehen wir jetzt aber darum, ob man daraus irgendwas Sinnvolles machen kann. Nö. Gar nichts. Nichts, was man öfters braucht, ehrlich gesagt. Also ich habe keinen Grund, Kaktus zu farmen, außer am Anfang die Kaktusrüstung herzustellen. Oh, was, jetzt schon? Du bist ja krass. 50. Stell doch Banner irgendwo hin, wo du kannst. Ach, das kommt jetzt zu 100% oder wie? Ja, nach jedem 50. Kill. Und du wirst den Unterschied merken. Wenn du jetzt gegen Zombies schlägst, du machst locker den doppelten Schaden. Und übrigens, ich habe einen Live-Chris gefunden. Was, man ist jetzt stärker gegen diese Gegner? Das steht doch da. Hierbei, äh, auch wenn ich es im Avatar habe. Oder meinst du jetzt nur, wenn es gefecht ist? Nein, du musst es setzen. Setze es, du kriegst da den Buff, den siehst du. Banner. Kann man alle Banner-Buffs kombinieren? Das war eine Frage. Im Endeffekt, ja. Gibt es das? Haben die Truffees auch sowas? Ach, lass ich fall runter. Das war eine Frage. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte, wir könnten uns die Bosse dadurch noch ein bisschen vereinfachen. Oh, jetzt brauche ich der Charaktos-Schwert auch nicht mal. Ja, aber ich habe mich gefragt, ob es nicht sogar Boss-Banner gibt. Wir müssten halt 50 Mal Auge töten oder Ida. Hast du mir zugehört? Was? Nee, hab ich nicht. Jetzt brauche ich dein Schwert nicht mehr. Ja, auch okay. Ich frage mich, ob ich das überlebe, wenn ich hier runterhelfe. Ach stimmt, ich habe keine Dingens mehr. So, du hast doch letztendlich mal ganz, ganz viel Kaktus bei dir dabei. Ja, ich habe 28 noch. Bringst du dir mehr alle mit? Wenn ich das nächste Mal bei dir bin. Hier ist übrigens eine Schiene. Was machst du da unten? Es geht jetzt nicht ums Höhlen der Kunden. Ich habe ja ein Seil dabei, ist ja geil. Das sterbe ich wenigstens nicht. Warum gehst du immer nach uns ohne mich? Ach, du Scheiße. Ich habe keine Recall-Potion. Ja, nein! Würde mich auch leicht wundern. Warte mal, wie geil. Kannst du mal aufhören? Warte, wie funktioniert der? Was denn? Bleib mal stehen. Hier bin ich. Geht das immer? Oder ist es jetzt weg? Nein, nur einmal. Der Trank ist nur einmalig. Ach, das ist ein Trank, okay. Ich habe dir was mitgenommen. Äh, Kaktus. Bauen wir noch einen zweiten. So, Kaktus. Hoffentlich kann ich das jetzt noch bauen. Wo ist es? Ich glaube, du stehst auf Detonatoren. Detonator. Was passiert, wenn ich das jetzt drücke? Nichts, weil da nichts angeschlossen ist. Ich habe das Dynamit schon in die Luft gejagt. What the fuck? Der ist also jetzt unnützig. Der funktioniert also streng genommen Whetstone-mäßig genauso wie alle anderen Dinger. Ja. Whetstone-mäßig. So, wie viel Kaktus kostet denn eine Kaktustür? Hier, das ist deine. Oh, danke. Eine Kaktustür, keine Ahnung. 20 vielleicht. Anscheinend nicht genug. Ich kann nichts nachdrücken. Hä? Oh. Kaktustür kostet sogar nur sechs Kaktus. Es kann sein... Warte mal, braucht man da die extra Maschine für? Nee. Es gibt keine Kaktusmaschine. Ich habe keine Kaktusmaschine. Die extra Maschine. Das ist die Workbench. Aber du bist ja wohl an der Workbench, oder nicht? Ja, ich hatte nicht genug Kaktus. Ja, sechs Stück. Nicht genug. Oder hast du was anderes davor gecraftet? Ja, ich hatte keine sechs. Hä? Warum steht hier ein Sandblock? Mann, ich habe die 28 gegeben. Ja, ich habe Sachen hergestellt. Damit ist der Part wieder zu Ende. Ich place hier noch die Kaktus. Au! Das ist, ob es dafür, dass ihr nicht hier reinrennt. Sorry. Keine Ahnung. So, das Banner nehme ich mir mal wieder mit. Wie soll es hier sein? Wie soll es da sein? Stuhl. Tisch. Wie klein kann man einen Raum machen? Weißt du das noch? Erstmal Part Ende. Tschüss. Dann wird es остан sein. Wie geht es? Oder ist es?